ja herzlich willkommen zu einer weiteren skin vorstellung auf unserem kanal sofort und gleich elmira der winter style wurde schon geleakt und jetzt haben wir die hier diese diese bones ja jetzt ist sie hier auf der map und ganz schön aktiv würde ich mal sagen lassen wir es einfach mal laufen kostenlos unterstützen wollte eine news gerne im item shop der kreuzer foto gleich tv dann auf annehmen drücken an den unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video video verlinkt hateball versus scratch dieser neue style den ihr euch spielen könnt mega geil für mich momentan der größte des ganzen spiels sorry auch hier noch mal für die lags rechner wird jetzt bald erneuert sein und dann hoffe ich dass die gameplays wieder besser werden letzten endes geht es ja darum dass sie auch mal hier sehen könnt wie sieht dieser neue style aus die meisten kennen den ja noch gar nicht dass es den geben wird da den weihnachts ranger zerlegt auch den will ich in dem gameplay präsentieren und da hat elmira auch mal eins auf die mütze gekriegt da 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 ich Da nochmal eine Sturmtruppe zerlegt. Okay, direkt mal aus der Drehung raus. Mal aus. So. 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 Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal bei uns unseren Creator Code sofort uGleich TTV. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wären wir euch sehr dankbar. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Skins vorgestellt bei uns auf dem Kanal sofort und gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.